Herzlich Willkommen zu einem Spiel, das ich euch einfach mal zeigen wollte. Macht super Laune, aber aus mir unerklärlichen Gründen muss ich euch leider sagen, dass ich solche Spiele wie das hier niemals Let's Playen kann. Aus dem einfachen Grund, denn dieses Spiel ist scheiße, da es kein Happy Wheels ist. Ich meine, wer hat immer nicht Spaß daran, den ganzen Tag durch die Gegend zu laufen und Leute mit Elektrowellen anzugreifen. Ja, hier, take that bitch. So, jetzt brauchen wir erstmal kurz Energie, holen wir uns die auch zurück. Und dann denke ich, können wir jetzt gleich noch alle anderen Leute hier töten. Also Sinn, Ziel und Zweck dieses Spiels ist es einfach, alle Leute hier zu killen, denn wir haben ja keine andere Aufgabe. Wir sind sehr hobbylos und ich muss dazu halt sagen, dieses Spiel hätte ich vernünftig irgendwann Let's Played. Allerdings habe ich nur einen einzigen Zweck auf YouTube zu erfüllen und der besteht darin, Happy Wheels Videos zu erstellen. Aus diesem Grund werde ich jetzt in Zukunft alle Projekte abbrechen und nur noch Happy Wheels hochladen. Tut mir sehr leid für alle, die die anderen Sachen gesehen haben, aber was anderes wollen wir ja sowieso nicht machen. Ja, außer wir hätten vielleicht hier Elektrowellen gehabt, du kriegst auch noch eine aufs Fressbrett. Komm her, Kollege. Denn, wenn ein Spiel nicht Happy Wheels ist, ist es für kleine Pussys. Und wie ihr sehen könnt, krippiert man dann dabei auch nur. Ja, die einzigen Let's Plays, die man sich auf YouTube nur angucken sollte, sind Happy Wheels Videos. Alles andere ist scheiße und wer nicht Happy Wheels Videos hochlädt, und zwar man muss jeden Tag nämlich 10.000 Happy Wheels Videos hochladen. Wer die nicht hochlädt, ist einfach nur ein Arschloch, so wie ich es bin. Aus diesem Grund hat auch mein Uploadplan kein Zweck mehr.